Viele Menschen haben Baby in eine Ecke gestellt, aber die Wahrheit ist, ich habe mich dort selber hingestellt. Aber das Beste ist, wenn ich mich selbst in eine Ecke gestellt habe, kann ich mich auch selbst wieder rausholen. Sehr mit Baby in Frieden und wir weiter unsere Freude mit dem Filmklassiker Dirty Dancing. Ja und heute ist sie dran.